Black Mafia wieder nach einer langen Zeit bei einer Aufnahme. Heute total viel Spaß gehabt. Charlie, was haben wir heute gespielt? Überraschung! Wolfgang, wo sind wir denn hier überhaupt heute? Gunstetten im Showroom der Firma Meidl. Toller Location, hat total viel Spaß gemacht. Regina, wann können wir das erwarten? Im November, stay tuned!